Verlässt du die Einstange? Ja. Aus, du schneidest nicht mehr. Ja, das ist nicht so schnell. Heute ist das. Wenn du mich führe und flammer werden schütze, dann nehm ich mich ruhig mit noch nicht. Und dann brandst du, das kommt da wieder an. Ja, das passt schon aus, das ist immer wieder gut. Aber so sind die Sachen. Da muss man alles noch ein bisschen entwickeln. Aber sonst bleiben wir jetzt zu viel. Jetzt noch ihre ganze Dinge. Das mache ich mit der Hälfte, weißt du? Dann mache ich diese Dinge an die Säcke. Dann mache ich die Karabinerchen, die du einfach einhängen kannst. Dann habe ich die ganze Dinge. Dann habe ich das Schnürchen, die ich sonst stehen habe, mit den Veros abgeruschen. Kann ich mir gleich rechnen. Dann hast du die Zeit gerufen, ja. So wie sind wir kritisch? Was ist gar nicht? So cool bei dir. Da läuft sie laut. Da läuft sie. Du meinst, du meinst. Du kannst ja nichts sagen vom Lern. Du kannst ja nichts sagen vom Lern. Du bist Lern. Du musst Lern haben, du musst Lern haben. Du kannst ja nichts sagen. Nein, du kannst ja nichts sagen. Nein, du kannst ja nichts sagen. Nein, du kannst ja nichts sagen. Es war einfach so, aber... Viel Spass. Ja und... ...ja. Ich mache jetzt sicher mal den Anbau. Wenn ich dann genau passe. Und wenn ich dann genau passe. Ja. Okay. Ja. Ja. Ich gehe mal gut zusammen. Am Wienste. Ja. Aber äh... Ist das ja ein Metro-Eff? Ja, eben. Du darfst vor den Städten? Ja. Können wir alle heute rein mit der Fiesgleichen, weil... ...hä? Nein, ja, das ist doch der erste Verkauf. Ja, jetzt können wir mal wieder auf die Fiesgleichen. Nein, nein. Nein, nein. So, so. Ich bin in der Fiesgleich. Oh, bist du gut? Ja, ja, ich bin hier noch nicht da unten. Also, die machen wir auch. Ja. So, die Fiesgleichen. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin da noch. Schöne.